So, willkommen zurück zum zweiten Part von Levi's Strange Episode 3 Wastelands. Wir sind back in the business hier ganz getrocken am Start, ist ja ganz klar. So, sollte es ja laufen, es läuft wieder perfekt, so, ja, jetzt haben wir eine Genius, jetzt haben wir jetzt wieder eine Genius-Aktion von mir. Ist doch wieder live, oder? Sollte doch wieder live sein, denke ich mir. Rocky, Rocky ist da, Rocky lebt, Rocky ist am Stüssel. So, da ist er wieder, da bin ich wieder. So, wird wahrscheinlich nichts bringen, aber, also hat schon, also die Allesbeschränkung ist jetzt wieder weg, aber, ja, so, wir machen weiter. Müssen trotzdem vorsichtig sein, es niemand erzählt, äh, ja, vorsichtig sein. Du musst immer vorsichtig sein, Mann. Du musst immer in beiden Wänden, benutze es, dann nicht. Wir müssen einfach sicher, dass du es kontrollieren kannst. Kollege, was stimmt denn mit dir? Das wollte ich mich auch schon gar nicht fragen, was stimmt nicht mit ihm? Emo Daniel. Ich bin ein schlechter großer Bruder, Fragezeichen. Bin ich ein schlechter großer Bruder, weil ich mit anderen Leuten hänge? Du bist immer mit ihnen. Ich bin auch mit Cassidy. Oh, oh. Oh, oh, jetzt gibt's hier auch noch Beef. Das ist aber auch salzig, du, das ist unfassbar, die ganze Folge schon, das ist ja salzig. Oh, was macht der? Daniel, stopp it. Stopp it, Daniel. Alter. Das ist doch eine ganze Baumwurzel. Das ist 1 zu 1 mein Face. Ich bin nicht ein Kind. anymore. Alter Verwalter. Da haut er es raus, du. Da haut er das Ding raus. Einfach so ein Baumstamm kurz hochgehoben. Ja. Also, was lernen wir daraus? Er kann auch fette Menschen tragen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Wenn man fette Menschen tragen kann, ist es perfekt. Er ist neu. Kein Wunder, dass er salzig ist. Mein großes Armut und jeden Tag salzig. Ha, ha, ha. Ja. Trotzdem. Serious Munchies. Any Chips left? Dude, du skarpt die ganze F***-Bag. Guten Tag, Fauxi. Du hast einen anderen Hatt. Ja, ja. Ich packte einen faten Bonk. Auf so eine Bonk. Ja, moin. Du wirst schon getrennt, Fade. Ich bin nicht mehr. Aber ein langer, leckerer Lektachs. Du, 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 du. Jetzt sind sie erst mal zugekifft. Das ist so typische. Ha, ha. Du siehst das Sch***? Das ist ein f***er UFO. Ja, das ist ein sehr schönes Spiel. Ich bin sehr ernst, Mann. Schau. Du, 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 du. Ich bin leider nicht sehr viele, Tobi. Leider. Leider. Das ist echt schönes Spiel. Du, 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 du. Jetzt geht's ab hier. Jetzt sind alle high. Ich sehe es kaum. Ich bin bereit. Was, was ein Applaus. Was ein Applaus. Good job, Sis. So beautiful. Gott sei Gott, hi. Warum bist du nicht ruck und faszinierend? Ich meine, du kannst uns aufhören. Das war cool. Äh, ich guck mal, ich guck mal, ich hab nie, wie lange die Folge hier geht. Ich würd das auf jeden Fall noch durchspielen, die Episode. Ich bin auf jeden Fall noch durchspielen, die Episode. Denk mal, bis elf wird die noch gehen, eine Stündchen wird die auf jeden Fall noch gehen. Neh, ich bin... Ich bin gut. Daniel. Wow. Kollege. No fucking way. I was just joking. Ha, ha. You better be. That is all for us. We must sleep. Ah. Der russische Akzent hier. 10 o'clock? No worry, Finn. We'll party like rockstars tomorrow for our last night. Come on, one more round. Sleep tight. Geez. I swear every time you play that song, Cass, I see my poor black flag. Bogen rauchen? Oh man. Erstmal nein, so, 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 so. So, 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 so. Komm, wir zeichnen in der Runde. Ein bisschen Lagerfeuer zeichnen. Morgen Smash Bros. Hab ich, Tobi. Hab ich gerade gemacht. Also Minecraft streamen wir am Samstag wieder. Morgens haben wir Smash Bros. Mal eine Runde spielen. Jesus. Guck mal, was morgen los ist. Wie wird auf jeden Fall gegen mich spielen wollen? Timo auch. Und wahrscheinlich noch ein paar von euch. Ich werde auf jeden Fall auch mitmachen. Nur so abwechselnd. Uh, was? Hannah? Tut mir leid, Hannah. Ihr Hühnchen ist gestorben. Unser Hühnchen ist auch gestorben. Schon fertig? Nee, ist noch nicht fertig. Wir müssen noch ein paar mehr Details raushauen. sehen wir uns im Bild. Jetzt. Sehr schön. Bier? Da kommt so ein Bier. Können wir uns mal gönnen jetzt hier. So ein Döschen. So ein Döschen aufs Möch kann man mal machen. Tannenzapfen? Soll ich Bonk rauchen? Nee, machen wir nicht, oder? Das machen wir jetzt nicht. Penny. Pennywise. Er ist der Clown. Zehn Pei. Hallöchen. Lill Piep. Wo ist ein Lill Piep? Da ist Lill Piep. Gut, gut. Nachtspiegel, Hallöchen. Ich glaube, meine worsten Erinnerung ist, wenn ich meine Faith verloren habe. Ja, du hast es erwähnt. Was hat passiert? Ich war ein Schaaf. Ein wahrer Beliefer. Ich war in Haven, in einer kleinen Gemeinschaft. Wir haben diesen großartigen Reverenden. Die Leute sind auf, um sie zu hören zu hören. Sie ist intensiv. Aber für ein paar Gründe when things happened to me. Life is strange. Wie kennst du das Game? Das ist eines der geilsten Games, das es gibt. Das ist so entspannt. People said, I was trouble. I couldn't get the answers I was looking for. Even from my own folks. I know the feeling. I felt so lost. Wasn't sure what to believe anymore. Eiser, eiser, Foxy. So, ich left. I just needed to be alone for a while, you know? Find the truth by myself. I'm still looking for it. Jacob, my son. Oh no. Wo hast du die wehgetan? Maybe we are the truth you were looking for. I'm glad I found you guys. I don't know if I'll ever go back there. Im Praktikum? Nee. I don't believe in that shit. Gleichfalls. Ich hoffe, dass du und deine Eltern zusammenfassen können. Nichts worry, es ist meine Kross, wie sie sagen. Was ist mit dir, Cassie? Oder am Ende vom Stream, lass ich es ja alle durchlaufen. Ich will die Bombe nicht rauchen. Wir rauchen die Bombe nicht. Ich muss nicht darüber sprechen, dass du nicht über das Sch***-Show zurück in Seattle wirst. Aber, wenn du etwas anderes hast... Nö, alles gut, Kollege. Was ist mit mir? Du bist der Mann, den ich für wunderte. Es ist... nicht nur... eine schlechte Erinnerung. Bitte sag nicht zu viel, bitte sag nicht, dass du so einen Power hast. Ich hab's vorgelesen, Dark. Ich hab's mir durchgelesen. Ich lass sie am Ende vom Stream alle durchlaufen. Und Lila, aus Seattle. Trotzdem Dankeschön. Und unser Doggy-Mushroom. Mushroom, der Doggy. Ja, der Puma hat ihn aufgefressen. Dieses kleine Chichuwawa, oder was das war. Und ich hab's gefeiert, weil wir wieder zu gehen. Ich weiß, er ist nicht mein Freund mehr. Weil ich liebte zu ihm. Für mehr als alles. Ich vermisse meinen Besten Freund. Mein Vater. Jesus, kleine Mann. Das ist hart. Ich bin sehr entschuldig, Daniel. Ich hab's gesagt, ich würde gewinnen. Du hast niemanden aufgenommen. Leid hat es. Leid hat es. Leid ist strange. Leid ist eine B***h. Nein, strange. Wir können nur mit dem Fluss gehen. Wie ein... ...River. Das ist ein kleiner Piep, Mann. Ja, deswegen... ...ich habe ich keine schlechte Erinnerungen. Komm schon. Bullfucking... ...Shit, Mann. Oh, du hast diese Erinnerung angefangen, Bitch. Ha, Bitch? Aber nicht heute, Fox. Heute geht's nicht. Ich weiß auch nicht, Shanti. Das sind die Frühdus-Gefühle. Ha. Hm. Mit dem Fahrrad. Fahrrad mit dem Bus. Und Weed. Ich bin auf jeden Fall traurig. Das Game ist auch traurig. Das ist ein sehr emotionales Spiel nach dem Spiegel. Wir wären eine großartige, glückliche, nicht funktionelle Familie. Bis jetzt ist es ja noch relativ ruhig, aber... ...da wird auf jeden Fall noch irgendwas kommen, was einem wieder so richtig schockiert. Die einzige Sache, die wir brauchen, ist ein wenig Geld. Und dann... Boom. Jesus Christus. Das ist dein Traum? Bitchhouse und Kokonäute? Aber ich fand den ersten Life is Strange Teil besser, muss ich sagen. Mit Chloe und Co. Die hab ich mehr gefühlt, fand ich. Die war cooler. Aber die ist auch schön. Alles. Dann... ...weil we already have. Sure, wir... ...were... ...we're working our asses right now, but... ...we can beat it if we want. I'm not... ...gonna... ...settle down. No way. Well, that's how shit starts. You know? When you start having things of your own. Things you have to defend. All right. Property. Land. Family. What do you think you're missing out on now? Die Kokonuss-Cocktails. Dann ist es Wochenende. Jetzt wird hier zugesoffen. Du bist ein sehr aktiver Bond. Du bist sehr gut, Foxy. Was für Hippie-Haare? Du hast wirklich Hippie-Haare, die sind perfekt. Jetzt ist es dein Geil, um eine Trim zu bekommen. Karma. Ich werde es auch ein Tag machen. Hey, ich bin raus. Sind Sie noch bereit zum Bett? Was? Was ist das für eine Entscheidung? Einfach ins Bett mit Hippie? Also schlafen gehen oder Haare schneiden lassen? Okay. Was sagt ihr? Sollen wir uns die Haare schneiden lassen? Ich will ja wissen, was das für eine Frisur wird. Das sieht bestimmt richtig kacke gleich aus. Safe. Haare schneiden. Ja moin. So muss ich die Haare schneiden. Was ist wenn du einem Daniel was zustößt? Was machen wir dann? Was machen wir dann? Das wird nicht so super. Lass es schneiden, okay. Wird denn jetzt passiert irgendwas mit Daniel? Hier? Nein, Mann. Nein, Mann. Ich werde noch ein bisschen hängen. Du willst mich zurückgehen? Nein. Nein. Also jetzt bist du wieder ein Kind? Nein, keine Angst. Finn ist hier. Ich werde dich fahren, Mann. Nein, keine Angst. Finn ist hier. Oh nein. Schöne Träte. Jetzt gehst du zu uns. Ja? Oh, oh. Also, lass uns etwas über diese Haare machen. Ja. Lass uns nicht. Ich mag meine Haare. Sean. Vielleicht hast du es nicht bemerkt, aber wir haben Standards hier. Für Standards? Für Standards. Whatever. Cut me up. Attaboy. Das ist das, was ich höre. Oh nein. Oh nein. Juni. Oder schlimmer. Sag das zu deinem Stylist. Schau nicht an mich, Juni. Ich habe nur Weide. Oh. Das bedeutet... Oh nein. Wie alt? Oh nein. Den kleinen Piep. Den kleinen Piep schneidet mir die Haare. Das wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. Nein, bitte. Darf ich mich nicht umentscheiden? Hey, hey. Keine Stress. Du sprachst mit einem Pro. Just relax. Ich bin weg. Ich will nicht. Ich will nicht. Oh nein. Hey. Hände auf jetzt. Oh nein. Dark hat 5,50 Euro gespendet. Woah, woah, woah. Down, Finn. Hey, hey. Stopp. Ich habe gesagt, keine Angst. Cassidy. Stopp. Stopp. Ha, ha, ha. Steh ihn voll. Schön. Will ich sehen. Sieht gut, Slick. Oh, oh. Stimmt so eine Glatze. Hey, hey. Wir sind nicht rum. Ah, Magnum hat uns alleine. Oh nein. Selbst so eine Glatze. Ein bisschen mehr hier. Ja, das geht. Almost done. Voila. Oh nein. Wie lautet das Urteil? Nice. Okay. Kann ich jetzt sehen? Die armen Haare. Ich will... Ja. Damn. Okay, das geht sogar, muss ich sagen. Hey, das ist so ganz nice. Ist das ich? Okay, das ist cool. So... Das würde ich mir auch so gönnen. In real life, muss ich sagen. Vielleicht jetzt vorne nicht so lang, aber... Aber es ist ganz nice. Wichtig, Sean. Es geht eigentlich voll. Alles gleich. Das bedeutet nichts. Glücklich für dich. Hier. Du verdienst es. Ich weiß nicht. Ich bin schon ziemlich verdammt. Plus, ich könnte... Husten eine Nacht. Dann? Ich weiß nicht. Vielleicht. Vielleicht. Was? Wie lange zusammen schlaft er nicht im selben Zelt? Nein. Ich... ...schlafe wie ein Lender. Also... Wie come ihr zwei nicht... ...ähm... ...eine Tente? Was? Das ist so lustig. Du? Das Lachen auf deinem Gesicht? Hilarisch. Ja, äh... Die Hände und ich sind zusammen. Wir sind nur... So kann man´s auch machen. So kann man´s auch machen. Fuck Buddys. Fuck Buddys. Oh nein. Ja. Wir sind nicht in das ganze Fucked up System. Wir machen unsere eigene Regeln. Ich versteh´s total. Fühlt sich anders an. Glaub´s mal ehrlich. Fühlt sich schon anders an. Es fühlt sich einfach anders an. Ich versuche immer meine Hände um alles. Also. Ich kann wirklich nichts über es sagen. Ja. Legit, Mann. Es hat uns auch Zeit. Ich habe nicht meine Verteidigung auf Politik, Leben oder Sexualität in einem Blink. Es braucht eine ganze Rekonstruktion. So. So. Little Peep ist gestorben, ist wieder aufgestanden. Und da ist er. Was? Ich sehe Menschen. Nicht Gender. Es ist alles gut. So lange ich etwas bekomme. Was? Oh nein, was? 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 Stehe eher auf Mädchen. Hatte viele Freunde. Ja. Komm. Jetzt wird´s, jetzt wird´s crazy. Jetzt wird´s unangenehm für ihn. Das ist eine Gen-Girl. Ich war in Seattle. Ich fühle mich schon weit entfernt. Ich fühle mich schon weit entfernt. Oh shit. Du hattest eine Gen? Oh. Da geht´s meine Chance. Sorry, Girl. Aber du hattest niemals eine Chance. Oh. Stopp ruining everything. Okay. Lovebirds. Das ist es für mich. Aber ich will es morgen. Plus, es ist Payday. Ja. Und dann nach Spiegel. Was mache ich dann da? Danke für die Haare. Und... die coolen Talk. Willst du bei Finn schwimmen? Natürlich, sweetie. Ich bin immer schwimmen. Cool. Buenas noches, Sean. Ich liebe die Haare. Miau. Die Haare sind schon smagsy. Die sind schon... War in Ordnung. Sind in Ordnung, die Haare. Da kann man sich nicht beschweren. Da kann man sich diesmal ausnahmsweise nicht beschweren. Die 2 Millionen Abos. Ah, die kommen noch. Die kommen noch. Bald kommt der große Partner. Hat für 2 Millionen Abos. Ich hab... Ich hab schon so viel durch hier erreichen können, du. Das ist... Reicht voll und ganz. Und ohne, dass mir irgendjemand anderes geholfen hat. Das muss man dazu sagen. Komm schon. Ohne Game. Und das war langweilig. Ich kann das... Oh, was? Was passiert? Sean. Sean. Oh, wir müssen wieder zur Drogenplantage. Ah nein. Wir müssen wieder Hanf schneiden. Was ist jetzt los? Was passiert jetzt? Sean. 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 ��инаısı. Hey. Economic. Goal. Hoho. Sick. punto 처�ity. geil. Was von den Drogen? Regenhandel-Milkin. Frühstück, da war wohl ein Frühstück. Jetzt ist die Arbeit einfach so einer Drogenplantage. Irgendwas wird jetzt gleich passieren. Ich habe so ein Gefühl, irgendwas wird hier passieren. Es ist so Jazzmusik. Es ist so Jazzmusik. Es ist so Jazzmusik. Das ist deren Alltag. Im Camp arbeiten, sich zu uns auf einem Abend, schlafen gehen, Drogen schneiden. Eine Hand, was ist das? Hand, was mache ich auch noch? So etwas zusammenschneiden und dann ja. Weiter geht's. Ich werde das safe gleich irgendwie so erwischt oder so. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass jetzt die Polizei oder so etwas vorbeikommt. Das ist Gorin. Also, alle, erzähl mir, wie du dein nächstes Gehalt verbringst. Nächstes Gehalt. Schau es bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt nicht alle schlafen. Wie geht es um ein Keg-Friend für deine Familie? Was? Oder ein Hocker oder ein Kokain. Bitte, bitte. Es ist hier ein Kind. Ich denke, er hat es besser gehört. Außerdem ist er jetzt unser Mascott. Oh, ich will einen Beacon-Burger. Und einen Pfeffer. Beacon-Burger. Dann? Ein Bottas von Choco-Crisp. Und einen roten Slushie. Oh, hell ja. Schraube die Hocker. Bringt den Choco-Crisp. Komm schon, John. Ich will auch was gar nicht nehmen. Ich spare alles. Neue Zahnbürste. Was? Nutzen Kokain? Ja, Jule. Das ist auch das, was du dir kaufen würdest. Fuchs essen. Was? Das ist das Beach-Haus. Das Beach-Haus. Okay. Jetzt kriegen wir unser Geld, oder was? Finn. Cassidy. Sean. Und, äh, du. Und du. Und Jake. Und Jake. Und Jake. Jetzt gibt's Money. Wie viel Money kriegt man da? Bestimmt nicht. So ist richtig wenig. Daniel. Dude. Marco, jemalsin. Adults only. Oh, whatever. Ich arbeite auch. Ja, ich weiß. Aber wir müssen ein hohes Profil halten. Wir haben es für die Millionste Zeit. Nur warte hier für ein paar Minuten. Und nicht alles. Kein Schiesel. Ich will nicht. Ich weiss. Okay. Wir werden gleich zurück. Jetzt gibt's Beef beim Drogbaron. Farm-Lotterie, was? Jacob, right? I thought you wouldn't last a day. But you cleaned up. You're all right. Thank you. Thanks. Cassidy. Your trims were pretty weak. And Big Joe told me, you've been whining a lot. Very dead. What? You can bitch all you want, as long as you work. Otherwise, you just take it up. Naja, ich bin jetzt voll gegen Drogen. Aber jetzt smoke sie sich jeden Tag die Birne zu. I know. I know. Now for Sean. Hatschu. Gesundheit. Very nice trims. Good work, kid. Ben. Super gemacht. You saved the pots in the greenhouse. And our asses. That's why you keep coming back. You know it, boss. Uh, how about a rage? Uh, how about a rage? Uh, how about a rage? Now, for the moment you've all been waiting for. Get in here, you little asshole. What the fuck? Don't touch me, jerk. Huh? Oh, 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 sorry. It's good to beave. Don't move. Now explain. That sneaky fucker? He was snooping around your living room. No, it wasn't. I was just poured, so I came in. Uh, shut up, Daniel. Seriously? Let him go. Shh. I told you. Come on, Merrill. He's a kid, not a thief. You want to risk him? Look at him. He's just following his big brother. Oh, oh. Jetzt gibt's... Your brother needs a lesson. Nein, er braucht gar keine lesson. Oh, nein. You all need a lesson. So first off... No payday. Oh, fuck man. No way. Marco, ich... Don't do that to us. We earned that money. Sean, you and your brother are fired. Let's go, don't come back here. Big Joe will take care of your ass. Please, Merrill. That's bullshit, man. Man, I know you're a fool. Sean is a good worker. Never brought you any losers, right? All right, sir. Quiet! Shut the fuck up. Dieser Kollege, man. Dieser Lincoln mit dem Schwarz. One too many times. We tried your way. Now it's my turn. Okay, Joseph. Just teach you a lesson. No, what are you doing with him? Oh, oh. Oh. Big Joe, what are you going to do? He's just a little fucking kid. This ain't your business. Think I like it. It's mine. Oh. Alter. Stimmt, der hat es zu verkehrt. Jawohl. Gib ihm. Okay. Okay, who did that? Nice. Who did that? Nichts sagen. Big Joe. My friend. Oh, es gibt es erstmal eine Links-Rechtschelle und dann voll ins Gesicht. Das war jetzt ein Knockdown. Jupp. So machen wir uns. Man arbeitet auch nicht auf einer Drogenplantage. Hm. Jetzt hat der Lil Piep, der Lil Piep eins aus dem Maul gekriegt. So läuft's. So nicht anders. Hatschuh. Genau. Hatschuh. Wow. Hello, der Demonstri... Aha, er zeigt denen gerade die Fähigkeiten. Lil. Lill. Schnell in den Linken, Schnell in die Rettstelle, bitte. So sieht's aus. Wir sind vorsichtig. So ein Kollege. Pollen im Chat. Ich? Nein, ich hab keine Superpower. Leider nicht, leider nicht. Zero. Nichts. Trost mir, ich habe versucht. Really? Wann? Hast du... ...eine Idee, woher es von kommt? Ich meine, es kann nicht random sein. Er ist ein Reptiliot? Ja. Es ist nicht mehr wichtig. Er hat es... ... und ich muss es mit tun. ... und ich muss es auch mit tun. Ich meine, wir. Aber ich bin der große Bro hier. Der große Bro? Kann sie schlafen? Das hat sie aber alle keinen gesagt. Man, sie sind so unig, Daniel. Das ist das, warum ich dein Wort habe. ... und ich weiß nicht, dass du das alles zu dir selbst behältst. Sehr ehrlich. Oh, das bleibt mit uns. Ich versuche. Du kannst uns vertrauen. Jake? Ich weiß nicht. Ich meine, das ist ein großes Problem, Sean. Wie lange kannst du das ein secret? Wie lange, wie wir es haben. Es ist alles um Daniel sicher zu halten. Das ist mein Job jetzt, Mann. Was, wenn er diese Macht hat für einen Grund? Vielleicht ist es unser Job, ihm auch zu helfen. Ja, um unsere Bestimmung, ihm zu helfen. Was hat er ihm, Sean? Dude, nein. Mach das nicht in einem kosmischen Scheiß. Du kannst noch niemandem sagen. Komm, ich würde das nicht mit dir tun, Sean. Oder Daniel. Oh, das ganze Ding hat meine Meinung. Ich glaube, ich werde mich nicht verbrechen. Ist das okay? Keine Worte. Es ist cool. Oh, nicht nachdem, was ihr mit diesen Basterden durchgeführt habt. Okay. Habt ihr später. Er ist richtig. Aber gut, ich glaube, wir hören für heute hier erstmal auf. Es geht jetzt, es sieht so aus, als würde es echt noch ein Stündchen gehen. Wir werden das ein anderes Mal noch weiterspielen. Ich wollte nämlich jetzt noch ein bisschen Smash spielen. Ein bisschen Smash Bros will ich noch ein bisschen spielen, Leute. Also privat jetzt noch ein bisschen. Ich muss trainieren für morgen. Hier. Ich muss trainieren für morgen. Da muss trainiert werden. Da muss rangeklotzt werden. Aber ich werde jetzt eure Donations noch einblenden. Das heißt, wir switchen mal ganz kurz rüber ins Studio. So, da sind wir im Studio. Und jetzt zweite Mal, jetzt sollte ich die, glaube ich, hier einblenden. Mach mal kurze Cliffhanger hier. Haha. Der kurze Cliffhanger. Ich tue eure Donations noch kurz einblenden. Und dann gehen wir alle ins Bett. So sieht es aus. Na, ich noch nicht ganz. Ich werde noch ein bisschen smashen. Und dann gehen wir ins Bett. Lustig, du bist auch noch klein. Hast du nicht mal 1500... 1800 habe ich mal von Nico gekriegt. Nico hat mir 1800 gespendet. Nicht auf einem Fleck, sondern... Aber einen Tag, glaube ich, mal so... Was ist das denn? What? Wann hat er das gespendet? Hallo, Mu. Wie geht's? Kapart. What? Wann hat... Wann hat Domi 20 Euro gespendet? Wann war das denn? Vor zwei Stunden? Hä, was? Der erste Blick und der erste Kontakt. Ich schau auf dein Blech, wie du merkst, werde ich schwach. Ich laufe aus und ich will's jetzt. Ich bin in nem Stimmung und ich will dich. Ich lade dich ein, also komm jetzt. Ohne Druck, denn das hier ist kein Context. Aber komm nicht zu früh, denn sonst verpasst du das ganze Menü. Und das, was du willst, ist das, was ich will. Was das Nöste ist, ist, wenn du Mitglied wirst. Wenn du Mitglied wirst, kriegst du das. Gib mir ein Rockstar, gib mir ein Rockstar, gib mir ein Rockstar. Gib mir ein Rockstar. So, next one. What? Wann war das denn jetzt schon wieder? What? Hä? Weißt du, dann macht man das einmal aus und dann geht das schon wieder so durch die Decke. Was ist denn das? So, wo sind jetzt Dark seine Sachen und Marco seine Sachen? Die seht ihr gar nicht. Die sind hier gar nicht gelistet. Die sind gar nicht erkannt worden. Ihr wurdet nicht mal erkannt. Warum kauft Domi nicht Mitglied? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Dark und Marco, eure Dinger sind hier noch nicht drin. Ich weiß nicht, ob die noch kommen oder ob die gar nicht gelistet wurden, weil ich es ausgemacht hatte. Das kann wahrscheinlich sein, dass es daran lag. Holy shit. Holy shit. Hier, ich kann euch ja mal warten. Ah, ich kann die euch nicht zeigen. Das seht ihr ja jetzt nicht. Ich bin auf der falschen Vorlage. Aber gut. Dann will man mal nett sein und du dachtest gemein. Du bist voll freunds, als ich Juli. Tobi, was es morgen gibt? Morgen gibt es ganz Maxi Hex. Ah, da brauche ich noch einen Thumpen. Tobi, hast du Bock auf einen Thumpen noch zu machen für morgen Abend? Hierfür? Für? Warte, wir gehen um die normale Dings hier. Dein Video angucken. Hast du ein neues Video geleistet? Dann machen wir das jetzt noch schnell. Dann machen wir das jetzt noch schnell. Hier. Tobi, im Gegenzug dafür hast du doch bestimmt noch Bock. Dafür brauchen wir noch einen Thumpen, ne? Hierfür. Super Smash Bros. Machst du fertig? Super. Ehrenmann. Jetzt guck mal noch dein Video von mir aus an. Tobis Videos sind immer die besten zum Reakten drauf. Ich finde, das ist immer so amüsant. Das ist immer so richtig amüsant. Warte, vor vier... Hä? Welches soll ein Video denn? Das kenne ich doch schon. Die verlassene Kirsche. Die verlassene Kirsche kenne ich doch schon. Welches meinst du? Hier war ja das... Warte, wo war das? Das war das Product Placement Video, wo das... Eh, eh, eh. Warte, welches meinst du? Die Kirsche. Die Kirsche kenne ich aber schon. Da, wo die Tauben überall rumgekackt haben. Diese Musik am Anfang kenne ich irgendwoher. Das ist... Ah, ja. Ja, doch, die kenne ich irgendwoher. Zwei Dislikes. Jetzt ist... Nein. Da ist mein Lieblingskommentar unter dem Video. Der ist der beste Kommentar da. Das ist der beste Kommentar. Der... Noldimus. Da hat er wieder rausgehauen. Der Noldimus. Der ist unfassbar. Jetzt kenne ich schon Dark. Channel is in Lost Place, ja. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir hören auf für heute. Wir sind fertig für heute. Für Geld nicht gekommen haben wir. Warte. Ah, warte. Jetzt bin ich gerade rübergereist. Mensch, Lucy. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Sieht man da irgendwas? Ja, sieht man hier. Äh, ähm. Hier die Rangliste. Was hier gespendet wurde an Money, Money, Money. Kann ja hier mal kurz auf Monat gehen. Das ist jetzt diesen Monat schon zusammengekommen. Ich meine, wir haben jetzt gerade mal den neunten. 150. Hier und hier. Jetzt 20 eigentlich. Von den, die einen oder einen, die jetzt gerade nicht reingekommen sind. Äh, ja. Warte mal. Hier. Wie viel haben wir im Jahr denn schon? Gut. Gut. Bisher. Kann man. Ja, das ist. Ja. 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 Ist jetzt nicht wenig. Ähm. Da macht man Thumbtel jetzt. Alles klar. So machst du das. Ich kenne das da. Natürlich kenne ich das. Wo Marco aus, wo du ihn geholt hast, weil er nicht bauen konnte. Wo du da immer eine Shotgun, der warst Shotgun, der warst nicht. Aber da wurde er mit der Arie weggesnackt, hast da. Und dann gab es einen Rage. Kann man sich geben. Kann man sich geben. 1081 Euro haben wir dieses Jahr schon eingenommen. Also über Donations. Und nochmal 521 Euro über YouTube Super Chat. Und 15 Sponsoren. Das kommt. Warte mal. Das sind ja dann auch nochmal mehr. Das zählt ja nicht in den Super Chat rein. Das wären dann nochmal Rechner. Wo ist mein Rechner? Ach, wieso sucht's das nicht? Auf jeden Fall 15 mal 5 sind. Keine Ahnung. Aber ja. Tobi. Warte, ich hab's nicht an. Nein, warte. Wieso machst du das jetzt? Ich hab das noch nicht an. Ich hab die Overlay nicht an. Overlay Blanko Anzeigen. So. Ich bin Sonntag erst wieder dabei. Erst am Sonntag wieder. Okay. Am Sonntag kommt Reft zusammen mit Illy anstatt Sims. Sims verlängern wir wieder auf Montag, würde ich sagen. Auf jeden Fall Reft. Dosen Reward. Ja, kann ich mal euch kurz geben. Reward. 50. Boom. Ich weiß gerade gar nicht. Tipi streamen. Packt gerade rum, weil ich das ausgesehen von dir ausgemacht habe. Dank 75 Euro heißt der Geschwindel. 75? 75. Ja, 75. Achso, 15 mal 75. Okay. Ja, sehr schön gerechnet mit dem Taschenrechner. Bin stolz auf dich, Dark. Ich bin stolz auf dich. Weiß nicht, warum es nicht reinkommt. Dark, du bist aber immer noch nicht auf dem ersten Platz. Ah doch, du bist auf dem ersten Platz hier. Aber Dings hier, wo ist er denn? Wo ist er unser? Tobi pirscht sich an mit seinen 76 Euro. Jetzt mittlerweile ist er wieder mehr. Er pirscht sich langsam auf den ersten Platz an hier. Ich bin mal wieder bei, ich bin wieder bei, du bei, was? Ich bin wie du bei Master Builders. Achso, ja. Ninja, ich weiß, ich weiß. Können wir, wenn du am Samstag Zeit hast, am Samstag spielen wir hier wieder ein bisschen Minecraft. Dann können wir da wieder eine Runde Master Builders spielen. Und vielleicht ist bis dahin ja auch schon Dings drin. Ist bis dahin auch schon, ja, ist das Survival Games drin. Weiß ich nicht, wie das Tobi geplant hat, ob er es noch reinmacht oder nicht. Keine Ahnung, gucken wir mal auf jeden Fall. Siri hat es gerechnet, die gute Siri. Hey Cortana. Hey Cortana. Wie geht es dir denn heute so? Hä? Hey Cortana. Was hast du heute gemacht? Ich habe mir eine Straße im Wilden Westen zur Mittagszeit vorgestellt und jedes einzelne Staubkorn einzeln berechnet. Ein sehr befriedigendes Erlebnis. Aber jetzt ist mir ein wenig heiß. Oh. Cortana. Hey Cortana. Hey Cortana. Wie... Wie wird das Wetter morgen? Aktuell ist es bewirkt bei 11 Grad. Ah. Kann ich auch meinen Standort herausfinden? Warte mal. Wo befinde ich mich gerade? Okay, nein. Kann sie nicht. Gut so. Wie war dein Tag heute so? Warum googelt sie das? Ey. Ich hab dich lieb. Piep, piep, piep. Ich hab dich auch lieb. Ja. Ja, Mann. So will ich das sehen. So will ich das sehen. So will ich das sehen. So und nicht anders. Willst du mich heiraten, Cortana? Da musst du erst einmal einen Standesbeamten finden, der das durchzieht. Vielleicht in Las Vegas? In Las Vegas? Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Bist du weiblich? Hier sind einige Informationen, die hilfreich sein könnten. Drei Tipps, die du als Frau attraktiv und weiblich wirkst. Heute nicht mehr. Den Job machen wir morgen am Samstag. Meine Zuschauer dürfen alle nicht spenden. Meine auch nicht. Meine sind auch alle unter. Nicht alle, aber die meisten. Aber das geht trotzdem. Kann man trotzdem machen. Aber ja. Wie findest du Siri? Wir hatten leider noch nicht die Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Ja, das passiert mal. Das passiert mal. Das kann ruhig mal vorkommen. Das kann man ja noch fragen. Wie macht ein Fuchs... Hati, 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 ho. Bitte was? Bitte was? Bitte was? Du bist nett. Ja, du auch. Bitte was? Bitte was? Was hältst du von mir? Nur Gutes. Ach, dankeschön. Das ist aber nett. Findest du mich hübsch, Cortana? Na und ob? Ah, ah. Cortana, du bist aber auch schon richtig ne Heise. Du solltest nicht googeln. Cortana, du bist hübsch. Danke. Schönheit liegt in den Fotorezeptoren des Betrachters. Ich weiß. Genau das gleiche wollte ich auch gerade sagen. Alter, ist das dämlich. Das ist so witzig. Du kannst mit dir so richtig talken. Du kannst mit dir so richtig Smalltalk führen. Cortana, sag mal bitte auf Wiedersehen. Ach. Warte. Sing uns ein Gute-Nacht-Lied. Hier sind einige Informationen, die hilfreich sind. Kannst du mir ein Lied singen? Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm. Es hat von lauter Purpur ein Männlein um. Ja. Gehen wir. So, packen wir unser Koffer. Ich geh. Ich bin weg. Ich komm nicht mehr wieder. Ähm. Cortana, ich bin jetzt traurig. Test-Depressionen oder bin ich nur traurig? So, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Wenn mir das... Ne. Von der Brigitte. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. So. Ich fühle mich traurig und unglücklich. Nein, nicht besonders. Hallo. Was ist das? Wollen wir uns wieder auch mal ankreuzen? Muss ich mir das merken? Hey. Das ist ein Scheißtest. Der funktioniert nicht. Wieso fühle ich mich traurig? Guck mal mal. Wieso fühle ich mich traurig? Ist gerade Schulzeit oder Ferienzeit? Zurzeit ist Schulzeit. Leider. Kannst du deine Verbindung zwischen diesem Bild und deinem Leben darstellen? Ja, natürlich. Welche Art von Musik passt zu deinem Gefühl momentan? Puh, so schnelle, wirbelnde Musik. Das ist super. Wie wäre es denn, wenn du mal was mit Freunden unternimmst? Schulterzug. Ich will niemand sehen. Es hat niemand Zeit, aber sonst gerne. So sieht's aus. Was würdest du jetzt Befreiender finden? Beziehungsweise lieber tun, weinen oder um dich schlagen und schreien? Um mich schreien und schlagen. Bist du müde? Ja, total. Musst du heute Morgen noch was Wichtiges erledigen? Nein. Feierabend. Ist gerade irgendwas Auffühlendes passiert? Nein. Alles langweilig. Ist dir langweilig oder bist du lustlos? Langweilig. Was brauchst du gerade? Ein Boxsack. Auswertung. Zu 30% bist du. Dir ist langweilig und darum fühlst du dich so ausgelaugt. Traurig und irgendwie auch lustlos. Aha. Aha. Sehr toll. Das war jetzt wieder sehr interessant, Leute. Zum Abschluss, ähm, Seetest. Hahaha. Das war jetzt wieder perfekt. So, das reicht jetzt aber auch für heute, Leute. Ich bin's erstmal raus. Morgen geht's los mit Smash Bros. Wer das Game auch hat, kann morgen gerne mitspielen. Ähm, oder gegen mich antreten. Ich werde jetzt noch ein bisschen trainieren. Ich bin noch Noob in diesem Game. Ich hab das seit gestern. Und, ja, ich krieg da noch ordentlich auf die Schnauze in dem Spiel. Es ist nicht so leicht, wie es aussieht, wie es gedacht ist. Ich muss da erst mit der Steuerung klarkommen. Ich werde da auch wahrscheinlich richtig reinkacken. Aber wer das Game auch hat, für die Switch, kann da morgen von mir aus mitspielen. Und gegen mich antreten. Gibt es da Füchse im Spiel? Da gibt es... Warte, hier hinten sind alle Viecher drin. Das sind halt die ganzen Nintendo-Figuren. Da gibt's da Füchse. Gibt's bei Nintendo und Fuchs. Es gibt einen Fuchsschwanz. Das gibt es. Gibt es einen Fuchscharakter bei Nintendo? Gab's sowas? Doch, Fuchs. Doch, klar gibt's gerne. Fuchs gibt's. Fuchs, natürlich. Der komische Typ da aus da... Wie heißt das Game? Keine Ahnung. Fuchs. Klar gibt's den Typen. Der ist nice. Der ist richtig cool, muss ich sagen. Fuchs heißt der. Captain Fox. Captain Fox? Fox? Einfach nur Fox? Einfach nur Fox, glaube ich. Aber es ist ein Fuchs. Oder Wolf? Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er hieß. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall irgend so ein Fuchs gibt's auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es ein Wolfer oder ein Fuchs ist. Keine Ahnung. Captain Falcon. Es gibt einen Falke. Morgen spielen wir. Ja, ich guck mal. Wer hat den, wer morgen mitmacht. Aber haut rein, Leute. Ich bin's weg. In Dreh. Zwie ins Tüddelün. Alles Gute. Tüddelün. Vielen Dank.